Auf Nils. Ich bin hinten bei dir. Achso, dann mach Scyron die kleine Kiste auf da unten. Offen. Geht weg von denen. So, ich hab den ein bisschen blöd hergezogen. Breath of Fire. TERBIT Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist eine Ohne aufgeplatzt, Vorsicht. Kann ich das bei uns gehen? Wagen in der Mitte? Wo ist es da? Gut, ciao. 2 Sparks in der Mitte? Ich denke an die Statuen. Können wir große? Ja, ja. Können, macht. Spiel das so, wie ihr denkt jetzt. Mach die Statuen bitte. Hier steht auch noch eine, die ist halb down. Große, wer hat da noch kommen live? Macht mal down. Ja, das ist halb down. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Spark in der Mitte? Am Eingang liegen einige Bomben, Hendrik. Eine kleine Ohne aufgeplatzt, Vorsicht. Park in der Mitte? Ich hab Agro, Hendrik. Oh, passt. Mach den Großen. Oh, Matthias, fressen. Geiler, Robo. Kommt, komm, komm. Großer Star, oder was? Welche Maßpiel große Star ist da, ja. Oh, warte, warte, ich brauche noch ein paar Sekunden zu mir hin. Mach die Statuen. Mach den großen Metafor. Ich denke, da die zweite Potion. Nehmen wir beim nächsten Mal uns den Schmetter und Gesu, bitte. Wagner, Mitte. Jetzt, Gesu. Ohne. Pass auf, die Winde auch. Spark. Noch den großen Dawn. So, noch fünf Punkte. Jetzt sind wir hier vorne. Fünf Punkte, dann machen wir hier den großen. Noch zwei kleine, das glaube ich schneller. Dann kriegen die anderen Sparks, ne, aufpassen. Steht sich einer zum Hebel. Ich kann gar nicht zu spellen, pass auf. Ich kann gerade nicht zu spellen, ich kann gerade nicht zu spellen. Ich kann gerade nicht zu spellen, ich bin down. Egal. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Bye. Hahaha. Ihr wohnt es auch nicht so zu spellen.